Ich wurde eingeladen. Ich bin morgen zu Gast bei der lieben Akirania. Das ist eine Twitch-Partnerin, eine blinde Content-Creatorin, die morgen einen Slot von 17 bis 19 Uhr auf Twitch hat. Sie wollte mir ursprünglich diesen Slot überlassen, damit ich über Hayley und die Krankheit und Aufklärung sprechen kann. Ich habe mir dann aber ihren Kanal angeschaut und das ist fucking beeindruckend. Also das ist eine blinde Content-Creatorin, die ebenfalls aufklärt, die singt und was sie da alles macht. Ich habe direkt gesagt, wir machen das bitte zusammen auf deinem Kanal. Akirania, ich würde mich freuen, wenn ihr dazukommt, warum blind trifft dumm, sie ist blind und ich bin dumm. Weil ich habe ihr gesagt, ey, ich kriege das mit Twitch, ich kann mich da einloggen, aber alles andere, das ist wie mit Gast und hin und her, das musst du bitte alles machen. Und da habe ich gesagt, ja, Running Gag, die Blinde erklärt dem Dummen jetzt das Internet. Und dann haben wir beide gelacht und jetzt sind wir Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen da einschaltet. Sie hat mir ein Video geschickt, das ist sie. Hi, mein Name ist Akirania und aufgrund eines seltenen Gendefekts bin ich eine blinde Content-Creatorin und Streamerin. Und ich möchte morgen zusammen mit Jers nicht nur aufklären, sondern ich möchte auch helfen. Hashtag für Hayley. Wir sehen uns morgen, 17 Uhr, live auf meinem Twitch-Kanal. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf morgen, morgen 17 bis 19 Uhr. Und dieses Merch, das gibt es jetzt auch komplett in Farbe im Shop. Sehr unprofessionell. Hoodies und Shirts und alles weitere auch. Natürlich ebenfalls die Für-Hayley-Shirts und Hoodies. Danke, dass ihr da seid. Und vielleicht bis morgen. Danke, dass ihr da seid.